Are you driving to Berlin? Yeah, that's correct. We drive to Berlin. I'm Bomber. And that's my car. Was soll ich denn machen? Die Kunden sind schuld. Verdammten Kunden, wenn die nicht wären, was? Tja, das ist eure letzte Fahrt. Ich hab da so'n plänen Deal da am Laufen. Wie sollst du hinkommen, Mr. Bomber? Ja, ja, yes. Willst du besitzen? Cool. Dieses Verständnis, der Mann auf dem Markt! Ich kann nicht nur den Blöden sein. Ich hab ihn gebeten! Der Artikel kann nicht quatschen und Popo splint. Ich bin wirklich tot. Ich gehe nach Paris. Ich will den Pär wieder. Guten Tag, Matthias. Ich heiße in Europa, Matthias. Hast du die Adresse? Ich kann dich bringen. Nein, nein, keine Adresse, kein Nummer. Nur den Namen, Matthias. Ja, aber du bist allein und allein. Ja, ich weiß, danke. Das ist der Bruno, ja? Du bist nicht schwul. Homosexuell. No. Dicke Loser. Du Loser. Du kannst doch nicht mal quatschen. Du kannst nicht. Du machst nicht. Fahr nach Berlin. B-b-b-b-boy. Weißt du, ihr findet dich geil, wenn ihr so auf den Pelle rückst? Bleib mal piesig. Bleib mal piesig, du Ampelmann. Wenn die Puppe nur 5% sehen könnte. Die würden uns mit so einem Ampelmann wie mit dir bestimmt nicht rumhängen. Dein Mann! Support nicht! Become an B immediate futureuf function. Nur diese Zeit, wann den Monat gebaut RAMSAY versteuf hat greatIES. Also siehst du nicht m boleh mit dem Tafen? Is. Kannestens sie ihm anders ausl birthen. Or págin розüttet werden. Kannst du überhaupt nicht tun? Das würde mir etwas anderes tun. Getauscht für die Tafen und Wettbewerse seien den overlyaggerap übert�. Du, ja, ja